servus zusammen hier ist illumination bei einer runde clash royale wie man sieht ich spiele schon ein bisschen länger also jetzt sind es knapp zwei jahre ich habe mir vielleicht fünf mal den game pass geholt also in den zwei jahren ich mein ziel ist es ich will ganz nach oben von anfang an was das haupt ziel mir fehlt noch ein ganzes stück wie man sieht was jetzt auch sehr daran liegt dass mein turm hat erst auf level 11 ist mein deck habe ich so weit zusammen das spiele ich eigentlich schon vor anfang an so ja und es hat mich bis jetzt bis hierher gebracht das einzige problem ist halt dass es ziemlich teuer ist billige decks die können mich sehr schnell schrotten habe ich leider festgestellt ich wollte jetzt aber erstmal mein turm auch voll das level bringen und halt nachher nach wie man sieht ich könnte schon ewig viel aufleveln aber mir fehlen noch die münzen dazu und ich will mir keine kaufen deswegen spiele ich mir das meiste bzw kaufst mir hier oder holst mir kostenlos ab was ich übrigens super finde von clash royale dass sie das täglich haben und auch bei dem klang krieg fluss rennen dass man hier immer tauschen von noch zusätzlich das haben sie echt geil gemacht ja leute wir sind heute hier ich will das fluss rennen spielen auf alle fälle und nerys elixir action wie man sieht ich habe schon angefangen das lief bis jetzt ganz gut drei siege keine niederlage mal schauen wie es weiter läuft ich werde aber jetzt anfangen mit dem fluss rennen da habe ich hier schon meine ganzen decks zusammen mit denen spiele ich jetzt eigentlich seit fluss rennen gestartet ist mein zweites deck ist bisschen schwach aber hilft nichts ich spiele meistens also ich liebe ja das wenn die elixir produktion höher ist oder mal drei oder mal zwei wir schauen jetzt mal was passiert normalerweise wollte ich ihn jetzt raus locken aber wir schauen mal was er so hat wir schauen mal was er so hat wir schauen mal die kanone hinterher der elektromage hat jetzt nicht viel gebracht und schon sind wir durch jetzt probieren wir es gleich mit dem ballon weil elektromage ist weg der drache ist jetzt abgelenkt das ist sehr gut und eigentlich haben wir ihn jetzt schon denn schon ist vorbei ich bin im german clasher clan wie man hier sehen kann oder auch vorne ich bin gleich am anfang als man sich in den clan suchen musste war das der erste wo ich so rein gerutscht bin bei denen bin ich jetzt vor über eineinhalb jahre kontakt haben wir nicht viel ähm ja aber sie sind recht gut im spenden und in den fluss kriegen waren wir jetzt eigentlich auch nicht schlecht die beteiligung ist halt immer mal machen mehr mit mal weniger das merkt man halt einfach ok dann starten wir mit runde 2 also wie gesagt das ist mein schwächstes deck jetzt im fluss rennen mit dem habe ich immer rumprobiert mal komme ich durch mal schrottet es mich wir schauen einfach mal wie es diesmal läuft wenigstens dann jetzt wie immer gleich das turmlevel ich habe es schon gehabt dass da die ganze zeit 13er waren und damit nicht wirklich viele chancen schauen wir mal oh das ist stark weil er gleich beide seiten schützen kann schauen wir mal ob ich sie wegkrieg schauen wir mal ob ich sie wegkrieg ja die banditen darf nicht hitten weil sonst habe ich ein problem nehmen sehr gut also der error schütze ist ab und zu gut ich habe ihn jetzt bloß falsch geplaced ähm dass er zusätzlichen turm schaden macht schauen wir mal ich hätte sie alle gern hier dass ich sie smaschen kann ja die waren jetzt leider von mir total falsch geplaced ja ich sag ja mein das deck ist einfach das spiele ich nicht auf das mag ich nicht kann es auch umstellen aber ja das mit seine mit seine zwerge das schadet mich schon gescheit schauen wir mal ob ich durch komme jetzt wird es wieder ganz schön knapp aber ich denke mir hört mich schon jetzt wird er mich ich hasse das deck einfach aber auch interessantes deck was er hier hatte wir schauen fluss rennen ist mir jetzt nicht so wichtig weil wie man sieht wir sind echt weit abgeschlagen jetzt wir waren jetzt zwei dreimal hintereinander immer erster aber jetzt die letzten male kacken wir ganz schön ab auf zum nächsten schauen wir mal ok ja auch die liebe ich genau das sind mir immer die liebsten die vorher so machen nicht mit dem scheiß nerven ja bist gelangweilt schauen wir mal wie lange keine ja 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 keine angst oh ich habe jetzt zwei das ist ja überhaupt nicht nervig ja das war es jetzt erstmal so jetzt schauen wir mal was er dazu sagt oh der elektrobrief ich habe leider viel Luft abwehr nur ganz wenig außer nur meine Kobolde die hier werfen oh das war sehr gut weil jetzt nimmt er mit der Bombe nehme ich ihm schon mal was weg und mit dem hoffe ich rechne der jetzt nicht zumindest kommt er jetzt nicht zu meinem Wurm und ich werde natürlich gleich nachlegen okay jetzt wird es spannend jetzt habe ich ihn ein bisschen oh das ist sehr sehr stark jetzt von ihm ja normalerweise hole ich mir jetzt sein Turm aber das wird jetzt richtig richtig eng ja jetzt dreht er ganz schön auf ja der war echt stark jetzt ja jetzt hört er mich ja okay dann darf er flugscheißern verdammte aber hilft dir nix es gibt immer einen der besser ist in dem Fall war es jetzt aber ich glaube ich habe ja ein zweimal echt so schlecht geplaced so letztes Deck losrennen für heute schauen wir mal was passiert ob wir sein ja 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 aufhalten können ich hoffe jetzt einfach dass ich ihn da rüber ziehe ja da war ich zu schwach jetzt das er hat halt gut er hat halt gut Damage gemacht bei zwei Türme ja ja versuche jetzt mal ein bisschen damit wieder gank vielleicht jetzt hier den Turm gleich reinhauen damit die dann auf alle Fälle Schaden nehmen jeder der über den Weg kommt jeder der über den Weg kommt dann machen wir hier mal auf ich muss jetzt beide Seiten attackieren weil er macht schon immer gut zu beziehungsweise er konnte gut beziehungsweise er konnte gut wir machen wieder oh der war stark mit einem Ding knallt der mein Teil weg ja nicht schlecht schon wieder muss ich sagen jetzt wirds interessant scheiße jetzt fuhre ich nicht mehr durch aber er ist jetzt auch gut durch aber er ist jetzt auch gut durch also nicht schlecht ich sag ja Level 10 heißt gar nichts nur wenn man ein Level überein nimmt naja stark aber das ist nicht so wichtig ich freue mich jetzt viel mehr auf das ähm Elixier Turnier wir steigen jetzt mal um und ich geh wieder mit meinem gleichen Deck rein was ja hier eigentlich recht stark sein müsste weil es ja teuer ist und mit den Golems wenn ich die immer rechtzeitig weghau dann läuft das ganz gut gleich mal hier den ersten Ding schnappen okay okay der macht mich jetzt besser der stresst mich jetzt ein bisschen aber macht noch nix da muss ich jetzt die Hexe rein schicken einfach um die zwei abzulenken und so lange wie möglich aufzuhalten damit er hier aber ich kann jetzt hier mit dem Balloon durch sehr gut jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas ja das Problem ist die sind jetzt alle noch so weit weg aber sobald die hier näher kommen aber sobald die hier näher kommen jetzt was wirklich interessant jetzt ist er da halt echt durch da hab ich ihm jetzt zu viel Freilaum gelassen stark 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 jetzt hat er mich überlaufen jetzt ist er durch ich habe mir zu viel Zeit gelassen oh mein Gott das war jetzt echt hart ja stark stark der Brandon Franz 28 sehr sehr stark kann ich jetzt echt nichts sagen meine erste Niederlage in dem Turnier aber es geht weiter ok diesmal ein bisschen besonnener ein bisschen vorsichtiger ja der Elrow macht jetzt hier mein Ding kaputt aber das hilft nichts den muss ich jetzt kurz zermatschen als sonst wären mir die zu gefährlich ok ich hoffe äh der Mega Knight von ihm ist jetzt erstmal abgelenkt ich muss jetzt mal auf einer Seite ein bisschen Gas geben ok da ist mein Ding jetzt durch das trifft sich sehr gut wir werden jetzt hier mal brutal Druck aufbauen auf der rechten Seite mit Elixier und Ding ich dürfte ihm jetzt nicht allzu viel helfen aber links habe ich halt jetzt aufgemacht ein bisschen ein bisschen Entschuldigung ok also er kommt auch gut durch wir schicken jetzt einfach mal wieder Vollgas los nicht dass es mir so geht wie vorher und er hier einfach durchmarschiert aber es schaut echt schon wieder fast danach aus er hat mich schon wieder ja rechte Seite jetzt ist er echt durch unglaublich ich hab den ich hab ihn einfach durchgelassen ja sehr sehr stark wie auch immer du heißt oh man zweite Niederlage sehr schön das finde ich gut bei den Turnieren dass wir einfach alle Level 9 sind dann ist es egal dann sieht man nur wer einfach Skills hat und da sind sie gerade besser gewesen ok wir schauen jetzt mal was zu los ist ok ich konnte mich links bisschen durchkämpfe rechts habe ich ihm jetzt Freiraum gelassen jetzt habe ich ihm jetzt Freiraum gelassen jetzt habe ich ihm jetzt Freiraum gelassen wir schauen jetzt mal wir setzen jetzt mal wieder alles auf rechts wir setzen jetzt mal wieder alles auf rechts ich werde mich aber jetzt dazwischen drängen es tut mir leid normalerweise ich würde gerne mehr reden aber ich muss mich hier echt konzentrieren weil ich habe jetzt zwei mal so einen schlechten Fehler gemacht ich gebe mir mal links Gas ich hoffe er ist rechts ein bisschen abgelenkt gewesen naja aber er hält gut dagegen gell aber normalerweise ja jetzt hat er ein Problem weil jetzt seine beiden Elektromagier weg sind hier können wir jetzt schön ein bisschen Druck aufbauen Moment ok sehr schön ich ob ihn weg mit dir nice 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 gut das Spiel natürlich viel Glück also zur Not glaube ich konnte ich mich einmal einkaufen ich habe 189 Diamanten schauen wir mal ok weiter gehts ja das hat er gut gemacht ich habe gleich mal den Ding abgegriffen also ich glaube wir gingen da mit einem ähnlichen mit einem ähnlichen Deck rein ja gut passt ich hoffe seine Hexe geht jetzt down ja sehr schön er pusht hier auf der einen Seite gut rein gell aber ich muss jetzt leider kurz warten einfach um mich ein bisschen freizumachen hier ja bei rechts hat er meinen kompletten Turm jetzt das ist natürlich jetzt sehr sehr schlecht aber wir können ein bisschen dagegen halten ok jetzt geht er schon gut rein hier ich müsste jetzt mal wieder ein Golem von ihm down machen damit ich hier einfach mal crashen kann ok ich muss jetzt hier Druck aufbauen dass ich hier schneller durchkomme und einfach mehr ok zweites Turm ist down jetzt müsste ich ihn eigentlich haben wenn ich jetzt hier nochmal gut crashe ja jetzt dürfte ich ihn haben da mein Turm ist alles der darf sauber hitten sehr schön und wieder weg also man sieht wenn man dann mal durchgekommen ist hat man eigentlich fast keine Chance mehr egal auf welcher Seite man jetzt steht dass man sich da wieder frei kämpft sehr gut tauschmarken sehr gut dann wichtig ich brauche nur einige Karten damit ich meinen Turm aufleveln kann und ich brauche einige Münzen und eine legendäre hinten sehr stark ich hoffe mal ich komme durch schauen wir mal wie es heute hier geht ok ich werde diesmal mehr auf Verteidigung setzen weil er spielt auch ziemlich defensiv wie man sieht er hat jetzt Niklas erster gepusht und dann setzt er hier gleich zweimal von weit mein ok aber wichtig dass ich ihn rechts aufgehalten habe sehr gut der Bolem lenkt ab während der Turm hitten kann das ist sehr gut dass ich hier mal durchgekommen bin bauen wir rechts gleich Druck auf er ist zwar mit seiner kleinen Mini Ding hier in der Mitte recht gut aufgestellt aber normalerweise schafft meine Cannon die jetzt weg genau die finde ich halt stark weil sie einfach doppelt sie selbst wenn sie gehittet wird dann pläst sie sich nochmal und macht nochmal Schaden es kostet halt einfach die anderen Leute immer Zeit zu reagieren beziehungsweise gibt es mir Zeit ähm ja dass mein Elixier sich auflädt das verschafft mir einfach einen kleinen Pupfer ich hoffe jetzt einfach dass der Turm wieder äh der Balloon wieder durchkommt wenigstens ein bisschen ja ok ich habe mich jetzt bisher zurückdringen lassen er hat viele die von Weitem schießen ich darf halt meine Hexe hier nicht verlieren sonst habe ich ein riesen Problem Banditin ist jetzt hier eher suboptimal weil sie halt überall hängen bleibt jetzt ist er gut durchgekommen boah Leute wenn ich das jetzt nochmal verliere ich habe heute aufgemacht er ist einmal durchgekommen und beide Türme so schnell durchgehittet das ist ein bisschen traurig jetzt gut gut hier kann ich mir jetzt wieder ein bisschen Luft verschaffen aber er kommt jetzt schon halt echt stark durch weil er oh man jetzt hat er mich durchschaut stark 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 ich war vorne und dann hat er sich so zurück geholt ja kann man nix sagen nicht schlecht ok mit 50 kann ich mich dreimal einkaufen Leute das war es jetzt vom meinem ersten Clash Royale Video ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen konnte euch was cooles zeigen ich werde auf alle Fälle weitermachen ich würde mich freuen wenn sie mein Video liket und auf abonnieren klickt ihr könnt mir auch Kommentare geben für alle Clasher draußen irgendein gutes billiges Deck bräuchte ich mal das wäre auch gut ansonsten wenn ihr Tipps habt schreibt es einfach in die Kommentare würde mich freuen bis dahin ich wünsche euch viel Spaß servus